Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, 3, 2, 1, go! Einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Runde ASMR HWSQ. Hallo, hallo. Hey. Ich esse jetzt super. Oh, ho, 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 ho. Wir sind wieder bei Speedrunner. Warte. Ich hab mich vorgesprochen. Oh, das ist aber geil. Das ist meine Unterhose. Hallo und herzlich willkommen zurück beim HWSQ bei einer Runde Speedrunners. Ja, wir haben gerade schon mal eine Runde geübt, die lief sehr gut. Leck mich. Für dich, ja. Für einzelne hier anwesend. Also, halt, sei einfach ruhig. Ah, ciao. Verfolg dich. Shit. Man kann es auch nach hinten werfen. Nein, kann er nicht. Doch, doch. Was? Ja, wozu? Tobi, wozu? Frage ich, ne? Wow. Guck mal, wie ein Ziel der die Oste Fresse hat, weil die den Schlabel aufgreift. Mit 640 war er viel, keine Ahnung. Nein, ich bin zu doofen gesprungen. Nein, Kasse Tobi und all seine Generation. Schönes Kompliment. Aua. Nein, nein, nein. Sex, sex. Auf einer neuen Welle. Was? 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 Wie sind ihr das? Was? Was? Ist das dein Zeugling ernst? Ja, Alter, das gibt es doch gar nicht. Alter. Ich wollte mal gucken, was ich für eine Waffe habe. Ich hör mal kurz auf. Ja, alles klar. Oh, meinst du, der wird da nicht klar. Ist das so ein richtiges? Diese Lache, ey. Diese Lache. Ich fühlte so weh im Kopf. Fuck, fuck. Schlimmer als Kopfschmerzen, ey. Ich verkaufe dir endlich ein Exemplar nach dieser Folge. Was? Der hat doch jetzt die ganze Zeit, oder? Der gewinnt immer Pan, das geht nicht. Hä? Das stimmt doch gar nicht. Ist sehr ausgewogen heute. Immer Glück, der Mann. Achso, ja, Entschuldigung. Ich gewinne immer. Und alles. Komm, spielt auch leicht. Ja, ja. Ja. Alter, was? 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 Hä? Hä? Die besten. Hä? Wie schnell Erika wieder aufgestattet ist? Ja, aber echt. Ja, sag ich doch. Wenn ihm ihn polstert in seiner scheiß Arsch... Ja, komm, Alter. Lägt mich mal. Hi, 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 hi. Papa, 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 papa. Ich hab keinen Partner mehr mit dem Wichser hier. Wenn ich meine Kiste drüber fliege, dann liege ich im Moment. Aber der läuft einfach weiter. Ja, der hat einen Hex an, sag ich doch. Was? Sorry. Jawohl. Ich rutsche einmal weiter. Ja, das geht nicht einfach. Das ist unfassbar. Wollen wir uns nicht wieder freuen, ey? Ich rutsche dich. Oh, aua, aua. Ey, ich gönne's dir voll, Mann. Merk ich immer. Das wäre jetzt aber auch echt... Ich gucke mir da an, diesen schmierigen in seinem rosa Anzug, weißt du? Hey, Leute. Boah. Hä? Was? Was? Der war von mir gerade. In der letzten Runde. Der kann mich gar nicht mehr. Oh Gott. Pan. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Alter, Pan. Boah. Nein, nein, nein. Und Tobi, war dir auch alles okay? Alter, wir sind einfach beide hinterher gefahren. Ich lade den eben auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Das war's, glaube ich. Ich glaube, das war's. Was? Oh nein. Ah. Jetzt. Ja. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Wie spannend kann das denn sein? Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Ey, warum kann der immer fliegen? Ja, ne? Was soll das? Hä, der fliegt voll. Was ist das? Hä, der macht die Flugangst. Da, Flugflügel. Ey, bleib mal hier. Alter, wo willst du denn hin? Du bist so dick und ich kann gar nicht so schnell sein. Guck mal, das fette Huhn da vorne schon wieder, ne? Ja, das ist so. Ob man nicht überspringen jeden Speedboost. Guck mal, Batz. Was? Tobi, du bist ne ausgebohrt! Du bist ne verkackte Ausgebohrt Tobi! Du bist ne richtiger Kacknagge! Alter! Tobi ist wie so ein Balkenschiss! Tut weh und stört! Wir haben Kacknagges, Mann ey! Ey! Ich muss dich doch hindrehen, Alter! Nein! Ach guck mal! Hey Curry! Ich hatte grad was im Hals! Ja, dein Onkel! Hä? 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 Hä, warum? Hä, das ging doch nach links und nicht nach oben! Aber wir sind doch grad aus der Richtung gekommen! Hä, aber jetzt bin ich wieder hier! Tobi ist der einzige, den wir das gönnen hier! Na geil Curry, ADGDL! He 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 he! Ok, komm noch ne runter, Chef! Was? Echt?! Nee, beim 26 Minuten, lass mal aufhören! Das ist echt so, lass mal aufhören, Erik! Komm, Erik, du musst! Wir können das gerne nochmal spielen, Erik! Gerne! Hä? Was? Ja, das macht dich an, ne? Das Geräusch kenne ich nein. Was? Was? Was ist das für ein geiler Avatar? Hab ich freigeschaltet? Oh, du geile Sau. Das gibt's ja nicht. Guck mal, wie der da rum fliegt. Guck mal, hui. Guck mal, Pan, guck mal, hui. Oh. Guck mal hin. Ja, sicher. Ja, Tobi, was ist denn los, hä? Guck mal, guck mal. Wie das aus, Erik? Ich bin stramm, ey, ich fliege. Als wenn der sich die ganze Zeit so einfach fallen lässt. So voll motivationslos einfach. Na gut, dann renne ich halt mit. Also, ja, gut. Guck sie einmal an. Nein, ich will gar nicht Team sein. Doch, ich bin jetzt mit Tobi im Team. Ja, ich bin jetzt mit Erik im Team. Ey! Hä? Hä? Wie, aber warte mal. Ja, Hase. Hä? 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 Warum? Dann schweig ich mit Tschüss. Der Hasepluck. Havis kurz noch zu dritt. Wegen Team. Achso. Was für Explosionen war. Ja, er kriegt das immer. Ach komm. Der hat wieder Atomtoß raus. Also, best auf Tobi Ausraster für den zweiten Teil ist auf jeden Fall gesorgt. Was war das denn? Warum bin ich hier? Warum schon wieder? Weißt du was Tobi? Ich kann doch da auch nicht. Für Currymannen. Dann sagen sie immer und dann sind sie schwanger. Hä? Was? Curry, die geile ist los. Nein, Scheiße. Guck ihn dir an. Oh. Na Tobi, ich komme an deinen Arsch backen hier hoch, Tobi. Geiler Säule. Ach komm. Tobi, komm. Nein, Tobi. Nein, Tobi. Nein, Tobi. Ich gehe da mal gemütlich nach vorne. Ja, komm. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich in dein Nest. Leg Eier. Wir spielen das erst mal nicht. So, das war jetzt eine schöne Runde. Speedrunner. Speedrunner. Hä? Bist du ruhig? Das sind jetzt ganz viele neue Maps. Das ist eine Weihnachts-Map, Mann. Ja, ganz toll, Tobi. Frohe Weihnachten. Wollen wir auch jetzt? Eigentlich. Jetzt gehen wir nach Hause. Oh. Achso. Achso. Ja, okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja komm, Curry und ich spielen noch eine Runde. Ja, okay. Alles klar. Let's go. Cool. Äh, wirklich? Nein. Bonusrunde jetzt? Bei uns in der Folge? Nein. Guck mal hier. Der Mondschein, Erik. Der Mondschein. Ja, gewonnen. Yeah. Um jeden Preis. Der Mondschein. Da, guck mal der Mondschein. Ja, Curry. Let's go. Yeah, Curry. Let's go. Yeah, Curry. Um jeden Preis. Aber der Nachthimmel ist doch so toll. Okay, Curry, let's go. Yeah, Curry, let's go. Ah, der Mond. Der Mond. Aua, 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 aua. Der Mond. Um jeden Preis. Hä, was ist denn da los? So, jetzt ist der, ich dachte, äh, Richard am Boden. Ja, okay, ja, jetzt. Tschüss. Oh, geil, ich hab einen neuen Skin freigespielt, glaub ich. Ja, siehste mal. Um jeden Preis. Oh, ne, doch nicht. Schade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschau. Haben die jetzt echt eine Bonusrunde gemacht? Nein. Um jeden Preis. Ich schätze die nicht so sehr.